Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller beginnt die Predigtreihe Jüngerschaft mit dem Thema Jesus war ein Jugendpastor. Es liegt in ihrer Verantwortung, Bäume zu pflanzen, die sie niemals ausgewachsen sehen werden. Sie haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Auch wenn sie kein Elternteil sind, haben sie geistliche Kinder, die sie in der Berufung Gottes führen können. Je älter sie sind, desto mehr Weisheit können sie geben. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, die beste Stunde im Fernsehen.